Willkommen zurück zu Blaster Master Zero. So, er hat mich jetzt aus den Augen verloren. Ah ja, Zero 3. Und wir können jetzt hier ganz normal lang, weil er weiß nicht, dass wir nicht Mutanten sind. Oder die beiden wissen es nicht. Außer ich hole meine Reifen raus. Dann wissen sie es. So, wir wollen jetzt hier lang. Oh nein. Muss ich hier echt... Naja, gut. Schön vorsichtig runter. Ach, komm. Was haben wir da? Extra leben! Wie kommen wir da jetzt runter? Ja. Ah, die schießen auch egal, was ist. Okay. Ah, ich habe hier eine echt böse Befürchtung. Ja, das habe ich fast befürchtet. Ah. Ah. Leave me alone. Ah! Drecksding. Gib mir meine Energie wieder. Ja! Oh, das war Glück. Danke. Okay, da kann ich jetzt noch nichts machen. Also weiter. Danke für die Energie. Jetzt sehe ich das erst. Der grüßt mich. Der grüßt mich richtig freundlich. So, hi. Hi. Du bist auch hier. Oh, hier haben wir einen Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Na, komm. Erstmal die Reifen abmachen. Und Energie auftanken. So, so. Und. Zack. Ähm. Klatscherspiel. Äh. Ich hab noch keine Karte, deswegen. Mhm, 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 mhm. Ja, genau. Grüßt mich einfach. Die Energie ist weg. Oh, ich kann trotzdem noch sehen. Okay, nee. Hier muss ich anders weiter. Hier muss ich wieder durch das Portal durch. Energie. Äh, ja. Ja. Na, komm. Das gibt's nicht. Okay. Okay. Oh. Daran sollte ich vielleicht denken. Und nochmal anmachen. Jetzt hier so runter. Boah. Ich hasse die Dinger. Schnell, 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 schnell. Hier können wir durch. Ich wollte da nicht gegen. Ich wollte da definitiv nicht gegen. Oh. 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 Das Spiel verzeiht einem echt gar nicht. Ne, oben darf man nicht lang. Komm, mach. Danke. Diese Krallen zu aktivieren, dauert echt lange. Wobei ich immer nicht weiß, wofür das jetzt gut ist, dass ich hier Licht anmache. Geh hier durch. Ja, grüß dich. Red dich weg, komm. Ich bin nicht mehr da. Ja, grüß dich. Ja, seid gegrüßt. Salve. Whatever. Und sie verfolgen mich, ne? Weg, 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 weg. So, dann jetzt hier durch. Ah, so dürfen wir durch. Und weg. Ah, wieder was zum Speichern. Danke. War klar, dass jetzt der Strom ausgeht, ne? Muss ja eins nicht durch, wieder. Oh mein Gott, wieder ein kleines Level. Oh nein, ich befürchte Schlimmes. What the hell? Wo kommt ihr denn her? Okay, aber wie komme ich da jetzt rüber? Okay. Äh, grün. Oh. Nice. Drum ist alles. Ei, ei, ei. Man kriegt hier aber auch echt nie Hinweise oder sowas. Da hat mal gesagt, ey, du kannst jetzt das und das machen. Ah, und dann darf ich nicht im Wasser gehen. Okay. Na, dafür lohnt sich das nicht, ne. Okay. Ja, ich brauch das nicht. Okay. Der wischt mich eh nicht. Ach, Mann. Danke. Ich muss ihn dann noch nach oben. Komm, bring mich rüber. Ähm. Das machen wir nicht doch tot. Okay. Den habe ich jetzt gar nicht verstanden, aber ist in Ordnung. Okay. 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 Schön. Ja, komm. Ja, genau. Nimm mir noch mehr Reichweite weg. Nein, 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 nein. Okay. Komm, lass mich da rauf. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hatte. Ähm. Okay. Puh, ich lebe. Das ist echt... Das ist hier wieder... ...unnötig gewesen. Unnötig hoch 10. Danke. Und dann kommt es auch noch zu einem Bosskampf. Ich glaub's nicht. Ach gut, das ist kein richtiger Bosskampf. Ich geb gern die da. Und? Na, komm. Oh, wieder ein Riss. Ich liebe Risse. Ich liebe Risse über alles. Ja. Ja, nice. Mach mir Licht. Komm. Hier durch. Wow, 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 wow. Haben wir sie jetzt alle erwischt? Und zwar komplett eine Sackgasse. Egal. Hauptsache erstmal auffüllen. Ja, nicht da. Oh, ich dachte, das wäre ein Ding zum Einsammeln. Mann. Immer diese Verwirrung hier. Und wieder raus da. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sagen bis zum nächsten Mal und ich bin euer TroHotRhein. Tschö, tschö. Tschö. Das war's für heute.